Ich bin Proforma Posa, Profano, Profamilia Ne Promenadenmischung aus Proband und Proletaria Fühlen Protokoll, teilen Protonien, Prozent Nur einmal im Trend, macht noch lang kein Prominent Send mein Argument, wie Projektile, Ziel auf Wand und Fuß Hab Prothese, die ich schuf, allen Grund auf guten Ruf Ich bin Profi in Aktion, Profit, Provision Hab's kommen sehen, sprach dafür wie Promob Problem, stehen in keiner Größe, einer Proportion Die Provinz ist zu gewalt, für zu kleine Projektionen Klebt mit Reihe Blatt zusammen, probier Programmen Sammeln Profi an Promille, protestier oder stoß an Die Statur schwankt nach langer Prozedur Alles dreht sich wie Propeller, wer poliert jetzt den Parcours Machen kurzen Prozess, schickt Prospekt per Express Das Projekt frisst sich fest, setzt sich durch, trotz Protest So kann's nicht weitergehen, kein Problem Können wir auf eure geteilte Meinung zählen? Geht doch, na nur also zurück zum Geschäft Der Zeitpunkt ist perfekt, jetzt Leistung, jetzt Rapp Weißt du, es kann nicht laufen, wie's jeder gehört Das Rezept, das jedem schmeckt, ein zweischneidiges Messerset Ihr seid schlecht zugedeckt, mit fremden Federn im Bett Seid, dass euch jemand aufweckt, mit nem Kopf zerbrechenden Bett Ich bin konstruktive Kritik, Konfrontationskurs, Konflikt Konsultierte Kontaktperson in der Fabrik Konzipier Liebeslyrik zum Konsumieren wie Konsalik Konsistenz, flüssig, fest oder Gas für mich Es ist nicht fragwürdig, der Konvoi ist noch fahrtüchtig Nicht brüchig wie ein Kondom bezüglich, gefühlsrecht und feinfühlig Das hat Konsequenzen wie drei Klassenkonferenzen Kon geniale Partner lassen Popen tanzen wie Jim Henson Wir ergänzen uns und konstruieren für Hartgeld Kontraste wie Schwarz-Gelb Hauen in die Tasten für die Nachwelt, wie Konzertpianisten Konstant konzentriert, sind protestantisch konfirmiert Konditionen sind arrangiert Konex und Akzente gesetzt, wie sehr komplex Kontext kommt jedem entgegen, wie Kodagold auf Konvex Konkurrenten kommen runter wie Konkords Konten von Kontrahenten und Konsorten melden Konkurs Denn wir durchbrechen viele rum Das Zeitkontinuum, man fragt in jeder Siedelung Welchen Kokon sind die in Sprung? Rappen schon wie Lexikon, Kontrabass im Bariton Kontern mit nem Kontingent an Sprache und zwar maßgenommen So kann's nicht weitergehen Kein Problem Können wir auf eure geteilte Meinung zählen? Geht doch Na gut, also zurück zum Geschäft Der Zeitpunkt ist perfekt, jetzt Leistung, jetzt Rappen Weißt du, es kann nicht laufen, wie's jeder gehört Das Rezept, das jedem schmeckt, ein zweischneidiges Messerset Ihr seid schlecht zugedeckt mit fremden Federn im Bett Seid, dass euch jemand aufweckt mit nem Kopf zerbrechendem Brett So kann's nicht weitergehen Kein Problem Können wir auf eure geteilte Meinung zählen? Geht doch Na gut, also zurück zum Geschäft Der Zeitpunkt ist perfekt, jetzt Leistung, jetzt Rappen Weißt du, es kann nicht laufen, wie's jeder gehört Das Rezept, das jedem schmeckt, ein zweischneidiges Messerset Ihr seid schlecht zugedeckt mit fremden Federn im Bett Seid, dass euch jemand aufweckt mit nem Kopf zerbrechendem Brett So kann's nicht weitergehen Kein Problem Können wir auf eure geteilte Meinung zählen? Geht doch Na gut, also zurück zum Geschäft Der Zeitpunkt ist perfekt, jetzt Leistung, jetzt Rappen Weißt du, es kann nicht laufen, wie's jeder gern hätt Das Rezept, das jedem schmeckt, ein zweischneidiges Messerset Ihr seid schlecht zugedeckt mit fremden Federn im Bett Seid, dass euch jemand aufweckt mit nem Kopf zerbrechendem Brett Das Rezept, das ist nicht Das Rezept, das ist ein zweischneidiges Messerset Untertitelung des ZDF, 2020